Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Ankündigung und zwar habe ich mich entschieden die Veteranen Malstrom Arena in die Elder Scrolls Online mit meiner Zauberin zu spielen und ihr seid ganz herzlich dazu eingeladen. Mir dabei zuzusehen im Livestream, den Link zum Livestream findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Spiel habt, irgendwelche bildbezogenen Sachen, irgendwelche anderen Fragen, dann schaut doch ruhig mal im Stream rein und stellt mir dort die Fragen. Ich versuche sie euch dann eben live zu beantworten. Das Ganze soll ein Stream-Test werden, das heißt ich werde schauen, ob ich problemlos PvE-Content streamen kann, ohne dass meine eigene Verbindung zum Spiel zu stark darunter leidet. Das heißt, dass ich dann irgendwelche Lags habe, nicht schnell genug Waffen wechseln kann und so weiter. Und wenn alles glatt läuft, dann werde ich versuchen künftig öfter mal zu streamen. Ich habe noch so einige Charaktere, die noch hier und da was machen müssen. Vielleicht mal ein bisschen PvP, wenn es drin ist und wenn die Leitung da nicht zu stark belastet wird. Von daher, ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Wie gesagt, Link zum Stream findet ihr unten in der Videobeschreibung und hoffentlich bis gleich. Also bis dann.